Es sind Gerüchte aufgetaucht, die tatsächlich behaupten, dass Angelina Jolie ihr siebtes Kind bekommt. Laut das Star Magazine hat sich die Schauspielerin ein bisschen aus dem Rampenlicht gezogen, dass sie niemandem verraten wollte, dass sie eine Überraschung hat. In dem Bericht steht, dass Angelina unter einer morgendlichen Übelkeit leidet und dass Brad und sie schon das Geschlecht des Kindes wissen. Offenbar ist sie in dem dritten Schwangerschaftsmonat und sie wird am Ende des Jahres einen Sohn bekommen. Ja, es gibt weiteren männlichen Nachwuchs. Natürlich kann das auch alles nur ein Gerücht sein. Es wird immer wieder behauptet, dass Angelina und Brad neue Kinder erwarten. Es begann im Jahr 2008, als Nox und Vivian geboren wurden. Wir sind gespannt, ob an der Geschichte etwas dran ist. Das Star Magazine hat sogar angegeben, dass Shiloh ganz aufgeregt ist und sich über den Nachwuchs freut. Der kleine Bruder soll John heißen. John, John Jolie Pitt. Das klingt wirklich gut.